Von den Nemo und Dori ist ein Paletten-Doktor-Fisch. The small blue one with a yellow tail you can see on every side of us. That's a movie star, I think you know it, from the cinema movie Finding Nemo. That's the Dori Nemo's friend und Dori ist ein Paletten-Zarten-Fisch. Auf der rechten Seite sehen Sie gerade ganz viele Königsmagrielen. Das sind die großen Silbernen mit den schwarzen Querstreifen, die jetzt auch gleich gegenüber vom Eingangsbereich vorbeikommen. Königsmagrielen sind Schwarmfische, das heißt, sie schwimmen am liebsten in größeren Gruppen und die schwimmen auch alle immer zusammen hier bei uns. Das sind außerdem auch die schnellsten Fische, die wir hier haben. Das heißt, wenn die richtig loslegen, kann man manchmal gar nicht so schnell hinterher gucken. The bigger silvery ones with the black stripes, I think they have been here a few seconds ago. That's the golden shrapneli and it's a schooling fish. It means they're swimming in bigger groups all of the time. And it's the fastest fish we have in here. Yeah, wir merken, dass es... Yeah, wir merken, dass es...